Alles Gute zum Muttertag! Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir wünschen allen unseren Müttern zum Muttertag am 10. Mai 2020 alles Gute, beste Gesundheit und vor allen Dingen viel Glück. Vielleicht, wenn es die aktuelle Lage zulässt, bei Ihnen auch eine kleine Feier im Kreise der Familie. Bitte aber an den Abstand denken, so schwer es uns allen auch wirklich fällt. Ein Hoch an alle Mütter, bleiben Sie bitte gesund! Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel